Moin und herzlich willkommen jetzt hier mittlerweile zum vierten Video zum neuen Update 5.9 Knights of the Eternal Throne. Es sind wieder zwei Death Streams gewesen. Ich habe mir gedacht, beim ersten, das ist jetzt nicht allzu viel, als dass sich das lohnen würde, daraus ein ganzes Video zu machen. Deswegen habe ich gewartet, bis der zweite noch hinterher kam. Habe dann allerdings festgestellt, oha, das ist jetzt doch eine Menge. Deswegen packen wir das jetzt trotzdem alles in ein Video und gucken einfach, wie viel das am Ende wird. Wie gesagt, ich werde gucken, dass ich mich kurz fasse und würde damit sagen, wir fangen direkt an. Der erste Livestream, um den es jetzt gehen wird, ist der zum Dark vs. Light Aspekt, also diesem Hell gegen Dunkel Ding da im Galactic Command. Das ist schon ein paar Tage her, dass der Livestream war, das heißt, es könnte gut sein, dass ihr schon ein bisschen was davon gehört habt. Dennoch werde ich nochmal so ein bisschen zusammenfassen, worum das jetzt sich eigentlich geht. Erstmal gab es noch ein paar allgemeine Infos, Thema Gearing. BioWare war einfach der Ansicht, es gibt zu viele Währungen, ja, also es gibt drei verschiedene Kristalle, dann gibt es drei verschiedene Tokens, also für die drei Level, die man sozusagen bekommen kann. 2016, 2020, 2024 und dann gibt es natürlich noch die PvP-Auszeichnung. Sie waren also der Ansicht, zu viele Währungen, zu viele Händler, das Ganze soll vereinfacht werden und das Ganze machen sie mit dem Galactic Command System. Des Weiteren droppt jetzt, wenn wir ein Level aufsteigen und eine Command Crate, also eine Kommandokiste erhalten, dann droppt jetzt das Gear da drin nach unserer aktuellen Disziplin. Das heißt, sobald wir auf eine andere Disziplin umskillen, bekommen wir auch anderes Gear. Das heißt, zum Beispiel, wer jetzt sein Kommando auf DD und auf Heiler spielt, der kann zum Beispiel, wenn er dann auf Heiler umspekt, bekommt er nur noch Heiler-Teile. Wenn man zu viele Teile doppelt erhält, zum Beispiel, weiß ich, 16 Gürtel und 24 Handschuhe, dann kann man dort die Mods rausnehmen und diese in andere Teile einbauen und das geht scheinbar auch mit Armierungen, entnehme ich jedenfalls so der Formulierung von Seiten BIOS. Alternativ, zweite Möglichkeit ist, man kann das direkt in CXP umwandeln. Des Weiteren soll man eine dieser Kommandokisten pro 1 bis 1,5 Spielstunden erhalten. Anfangs geht das natürlich ein bisschen schneller, weil man nicht so viel XP braucht, später dann etwas langsamer. Aber eine Kiste pro Spielstunde ist schon entweder relativ langsam oder wenn man sagt, okay, das heißt, theoretisch könnten wir nach 14 Spielstunden unser komplettes Gear haben. Muss man natürlich beachten, dass wir dann erst das ganze Gear auf der ersten Stufe haben und nicht auf der letzten. Eine Nightmare-Operation allerdings zum Beispiel sollte zwei bis drei Kisten geben, das heißt, man sollte so viel CXP bekommen, dass man sozusagen in der Lage ist, dreimal aufzuleveln. Dementsprechend natürlich, wir arbeiten mehr, weil Nightmare ist schwieriger, deswegen sollten wir auch mehr entlohnt werden. Denke ich mal, ist dadurch schon fast wieder gegeben. Außerdem gibt es ein Weekly Cap für CXP. Das Ganze soll Exploiting vorbeugen, das heißt, wenn man jetzt eine Möglichkeit findet, CXP zu farmen ohne größeren Aufwand, dann wird man irgendwann ein Cap erreichen, also ein Maximum und wird darüber hinaus keine CXP mehr für diese Woche erhalten. Normalerweise soll dieses Cap nicht erreichbar sein, sondern wirklich, es soll so hoch liegen, dass es nur dann erreichbar ist, wenn man wirklich gezielt irgendeinen Bug oder sowas ausnutzt. Gut, kommen wir allerdings zum Galactic Alignment, beziehungsweise zu dieser galaktischen Ausrichtung, was ja praktisch dieser Hell-gegen-Dunkel-Aspekt ist. Das ist praktisch wie in die Charakter-Ausrichtung, die wir auf jedem unserer Charaktere haben, allerdings serverweit. Das heißt, sämtliche Aktivitäten aller Spieler, vom Mob-Töten bis Quest-Abschließen oder PvP, beeinflussen diese galaktische Ausrichtung. Dabei gibt es auch hier wieder Bonuspunkte für die aktuell hervorgehobene Aktivität. Wir haben uns ja beim letzten Stream dieses neue Fenster angeguckt zum Galactic Command. Da gibt es hier die verschiedenen Aktivitäten und eine davon wird halt immer hervorgehoben sein. Diese gibt entsprechend Bonuspunkte. Das ganze System aktualisiert sich alle 15 bis 30 Minuten. Das heißt, wenn zum Beispiel aktuell dort steht, wir haben auf diesem Server die Stufe Hell-2, wird innerhalb der nächsten 15 bis 30 Minuten das System sich aktualisieren. Das heißt, in diesen 15 Minuten hat man Zeitpunkte zu sammeln. Und dann guckt das System, rechnet die 9 Punkte alle zusammen und sagt dann, okay, entweder es bleibt bei Hell-2, wenn es etwa ausgeglichen war, oder es geht auf Hell-3, wenn mehr helle Seitenspieler waren, oder es geht halt auf Hell-1 zurück, weil mehr dunkle Seitenspieler waren. Ein Kampf endet erst dann, wenn eine Seite, also hell oder dunkel, Stufe 5 erreicht. Folge ist dann eine sogenannte Victory State oder Siegesphase, welche für eine Stunde anhält. Während dieser Stunde kann man Hell- bzw. Dunkel-Tokens erhalten. Diese kann man dann bei einem entsprechenden Händler eintauschen. Die persönliche Ausrichtung gegenüber der Serverausrichtung entscheidet dann, ob man auf der Seite der Sieger oder der Verlierer steht. Neutral gibt es dann nicht mehr, da alle Aktivitäten zur persönlichen Ausrichtung beitragen. Logischerweise, wenn wir jetzt sagen, wir machen 8 Aktivitäten, 4 für Hell, 4 für Dunkel, beide geben etwa gleich viele Punkte, sind wir so ungefähr neutral. Die Sache ist halt, wir haben trotzdem für beide Seiten beigetragen und es wird sicher auch Spieler geben, die nur für eine Seite beitragen. Während der Siegerphase werden Bosse in der gesamten Galaxis verstreuert spawnen und man benötigt 8 bis 16 Mann, um sie zu erledigen. Nochmal zu der persönlichen Ausrichtung, haben wir jetzt Hell-5 als Charakter sozusagen erreicht. Dann können wir nicht durch PvP spielen, nur weil wir uns für die dunkle Seite entscheiden, von diesem Hell-5 wieder runterfallen. Hell-5 verlieren wir als Charakter nur dann, wenn wir sozusagen innerhalb einer Quest eine dunkle Entscheidung wählen. Dann werden uns halt diese dunkle Seite-Punkte zugerechnet und damit fallen wir von Hell-5 wieder runter auf Hell-4. Allerdings können wir dann auch wieder helle Seite-Punkte sammeln, um wieder auf Hell-5 aufzusteigen. Wenn wir allerdings für die dunkle Seite PvP spielen, hat das keinen Einfluss auf unsere persönliche Charakterausrichtung, sondern nur auf unsere Ausrichtung gegenüber dem Server-Event. Dazu gibt es ein kleines Beispiel. Und zwar gehen wir jetzt gerade davon aus, dass die helle Seite in diesem Moment Stufe 5 erreicht. Damit geht besagte Victory State in, äh, wird die aktiv. Und alle Sieger, das heißt alle, die sich für die helle Seite entschieden haben, bekommen Belohnungen. Dazu zählt der ein Zugang zum helle Seite-Händler auf der Flotte. Da gibt es exklusive Mounts, Pads und ähnliche Sachen. Zusätzlich gibt es Bonus-Punkte, Bonus auf alle Command-Punkte, äh, Command-Experience, CXB. Und demnach sollte man in dieser Phase die hervorgehobene Aktivität machen, denn die gibt ja nicht nur Boni, weil sie hervorgehoben ist, sondern jetzt auch noch Boni für den Sieg im Hell-gegen-Dunkel-Event. Das bedeutet, wenn man das macht, dann hat man wirklich maximalen Bonus. Des Weiteren, jeder erreichte neue Command-Rank während dieser Phase gibt zusätzlich ein helle Seite-Token, die wir dann beim entsprechenden Händler eintauschen können. Die dunkle Seite ist jetzt natürlich der Verlierer. Die haben eine Niederlage erhalten und bekommen jetzt vorerst Bonuspunkte auf alle dunkle Seite-Punkte. Das heißt, sie sollen sozusagen einen kleinen Vorteil erhalten für den nächsten Kampf, der ja nach der Victory State dann wieder anfängt. Das heißt, man kann sozusagen schon mal ein paar dunkle Seite-Punkte sammeln, schön viele durch den Bonus auch, sodass man im nächsten Kampf einen kleinen Vorteil hat, indem man zum Beispiel schon mit Dunkel 2 startet, weil man halt sehr viele dunkle Sachen gemacht hat. Hier gilt auch wieder, die hervorgehobene Aktivität gibt wieder den maximalen Bonus. Des Weiteren sind die dunkle Seite-Spieler aufgerufen, helle Seite-Bosse in der ganzen Galaxie für CXP und dunkle Seite-Tokens zu machen. Helle Seite-Spieler können dem allerdings entgegenwirken und sich den dunklen Seite-Spielern entgegenstellen und diese daran hindern, die Bosse zu erledigen, um damit Punkte zu sammeln. Ich sehe hier bei diesem System eigentlich nur ein großes Problem, und zwar, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass Bioware hier dunkle und helle Seite-Punkte, äh, oder dunkle und helle Seite mit der Republik bzw. dem Imperium zusammensetzt und vergleicht. Denn, wenn ich mir überlege, dunkle Seite-Spieler können in der Galaxis umherreisen, um die helle Seite-Bosse zu erledigen, dann müssen wir uns als dunkle Seite-Spieler ja irgendwie zusammentun. Allerdings ergibt es jedenfalls aktuell, vielleicht wird es eingeführt, keine Möglichkeit, sich zum Beispiel mit einem republikanischen Spieler, der sich allerdings für die dunkle Seite entschieden hat, zusammenzuschließen. Weil man kann ja keine Gruppe mit dem aufmachen. Das ist momentan ja alles noch fraktionsgebunden, ist also nicht möglich. Das ist also die Frage, wie sie das machen wollen. Vielleicht ist es dann möglich, das wäre natürlich die, die, ja, ich sag mal, die Lösung. Aber ob sie soweit denken, wer weiß. Gut, wir springen zum nächsten Stream, nämlich zu den Uprisings bzw. Aufständen, wie sie ja im Deutschen heißen. Wieder ein paar allgemeine Infos vorneweg. Erstens, Free-to-Play-Spieler sind nicht in der Lage, bis Level 70 aufzuleveln. Die bleiben auf Level 65 und bekommen daher auch keinen Zugang zum Galactic Command bzw. den Aufständen. Des Weiteren hat Bioware angekündigt, dass sie, soweit es möglich ist, alle Gefährten, die noch fehlen, zurückholen möchten. Ja, man soll in der Lage sein, sich diese wiederzuholen bzw. es gibt dann irgendwie Quests, wo man sich die wiederholen kann und so weiter. Und sie wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass alle Gefährten, die noch zählen, was ja hauptsächlich, was ja viele sind, mit denen man Romanzen angefangen hat. Ja, also zum Beispiel Illa Radon oder Vector Hillis, weiß ich gar nicht, ob da noch wieder da ist, Jessa Wilsam und die ganzen. Da fehlen also noch einige und das wäre echt schade, wenn die jetzt komplett aus dem Spiel verschwinden. Außerdem, und das ist eine Sache, die muss ich jetzt anbringen, ein Zitat. Ein Zitat aus dem Stream, ins Deutsch übersetzt, Die Story von Knights of the Fallen Empire, also was wir jetzt gerade gespielt haben, fühlte sich ein wenig ausgeleiert an und unsere Entscheidungen, die Entscheidungen der Spieler, spielten scheinbar keine Rolle, sodass die Entwickler in Knights of the Eternal Throne, dem kommenden Update, sich darauf fokussieren werden. Dazu möchte ich einen Satz sagen, nein, werden sie nicht. Um zusammenzufassen, Bioware hat mit Knights of the Fallen Empire im Endeffekt eigentlich nur in einer Richtung Werbung gemacht und zwar mit dem wunderbaren Satz mit der Wortkombination Choices Matter. Am Ende konnten wir feststellen, nein, tun sie nicht. Unsere Entscheidungen haben kleine Einflüsse gehabt, aber im Endeffekt war es eine fest vorgegebenes, eine Story, an der nicht zu rütteln war. Obwohl sie so viel Werbung damit gemacht haben, dass unsere Entscheidungen zählen und Veränderungen hervorrufen und ganz andere Story spielt jeder und jetzt sagen sie, ja, scheinbar war es doch nicht so. Und für Coded machen wir es aber jetzt wirklich. Und da muss ich sagen, jetzt traue ich denen auch nicht mehr und jetzt glaube ich auch nicht, dass sie in Knights of the Eternal Throne genau das schaffen werden. Also, ne, glaube ich nicht dran. Außerdem sagen sie, die Story von Codver fühlte sich ein bisschen ausgeleiert an. Kann ich zustimmen, 16 Kapitel, 14 davon und sagen wir, 5 davon hätte man streichen können, weil wir irgendwelche Gefährten rekrutiert haben. Naja. Aber gut, wie gesagt, einfach bloß ein Zitat, das ich nochmal anbringen wollte. Wir gehen über zum eigentlichen Thema, zu den Aufständen. Diese sind begehbar über den Galactic Command Interface auf Max Level, also Level 70. Dazu ist es nicht nötig, dass wir die Story gespielt haben. Wir müssen nur Level 70 sein. Das Ganze ist ein statisch oder beziehungsweise ein designter Inhalt wie ein Flashpoint und nicht so zufällig wie Kuat. Das heißt, wenn wir ein Uprising erhalten, dann wird es immer derselbe sein, egal wie oft wir da reingehen. Es gibt natürlich verschiedene Instanzen, genau wie es verschiedene Flashpoints gibt, aber jeder einzelne für sich ist immer derselbe. Das heißt, wenn wir dreimal Hammer Station machen, wird Hammer Station immer noch dieselben Gegner an derselben Stelle haben und dieselben Bosse. Genauso ist es in diesen neuen Uprisings und nicht so wie in Kuat, dass wir verschiedene Ebenen haben, die jedes Mal zufällig sind. Das Ganze ist, wie auch anfangs schon angesprochen, nur für Premium, also Abospieler verfügbar und aktuell, beziehungsweise vorerst, fraktionsspezifisch. Das heißt, auf imperialer Seite werden wir ausschließlich mit Ims zusammen in eine Gruppe kommen und auf der anderen Seite dementsprechend auf replikanischer Seite auch nur mit Reps. Zukünftig soll das Ganze aber auch Cross-Fraction funktionieren. Das heißt, dass wir sozusagen, wenn wir uns als imperialer listen, durchaus auch mal einen Republikaner in einer Gruppe haben können. Des Weiteren gibt es einen Gruppenfinder extra für diese Aufstände. Wie gesagt, das Ganze ist über das Galactic Command. Wir wählen einfach die Uprisings und sagen, in welcher Schwierigkeit wir da spielen möchten und werden automatisch in diesem Gruppenfinder platziert. Das Gesamte ist ein 4-Mann-Content, nach Byvers Aussagen schnell und Action geladen. Im Vergleich zu Flashpoints sind sie mit weniger Story, dafür mit mehr Action und Geschwindigkeit ausgestattet. Sie haben einen kurzen Ausschnitt gezeigt, den werde ich hier auch nochmal einblenden, von zwei Szenen aus diesen Uprisings und zwar auf Hot war das gerade. Und schnell und Action geladen sehe ich da bloß eins, es leckt ziemlich. Und jetzt auch mit der nächste Punkt auf meiner Liste. Zu diesem Content gehören riesige Wellen von Gegnern, riesige Bosse und im Schnitt soll das 15-20 Minuten lang gehen. Also schnell ist bei mir die Definition, dass man relativ fix durchkommt. 15-20 Minuten ist eigentlich eine sehr akzeptable Zeit, sage ich mal. Das ist eine Sache, die relativ fix erledigt werden kann, wenn man sich überlegt, dass es Flashpoints gibt, wo man auch mal eine Stunde drin verbringt. Allerdings ist schnell nicht definiert durch riesige Adwellen. Also wenn ich 5 oder 7 Minuten an einer Adwelle hänge, weil immer noch mehr Ads dazukommen, dann hat das für mich nichts mehr mit schnell und Action geladen zu tun. Also Action geladen kann es schon auch sein, aber schnell ist es dann auf jeden Fall nicht mehr. Und auch riesige Bosse, wenn ich einfach nur Bosse habe, die 3 bis 6 Millionen Leben haben, dann bin ich da vielleicht 10 Minuten lang beschäftigt, aber schnell ist das dann auch nicht mehr. Es wird drei Schwierigkeitsgrade geben. Ja, da ist vergleichbar mit dem taktischen Modus, dem Story-Modus und dem HC-Modus. Das Ganze nennt sich jetzt anders. Der erste Modus nennt sich Story-Mode, ist simpel, allerdings nicht für Einzelspieler gedacht und gleicht, wie gesagt, dem taktischen Modus. Der Veteran-Modus soll herausfordernd sein für organisierte Gruppen. Wird man sehen, ob das wirklich so herausfordernd ist. Und der Master, beziehungsweise der höchste Schwierigkeitsgrad, der Master-Mode, ist vergleichbar mit Nightmare oder Albtraum, soll also das Härteste darstellen, was das Spiel zu bieten hat. Innerhalb der Instanzen versteckt sind es, ähnlich wie in manchen Kapiteln von Kotfe, kleine Power-Ups. Ja, so Verstärker, die wir bekommen. Dazu zählt zum Beispiel ein Tempest Rocket Launcher, wie gesagt, einfach ein Raketenwerfer. Dann ein Thermal Devastator, also praktisch ein Thermal Devastator, das soll aber zerstörerischer sein. Und dann eine Sache, die ist es wirklich wert zu suchen, nämlich die sogenannte Combat Clarity oder die Kampfklarheit. Die gibt uns für eine gewisse Zeit einen Buff, sodass wir keine Cooldowns, unlimitierte Resourcen, also Macht ohne Ende, Energie ohne Ende etc. haben. und wir sind schnell unterwegs. Das ist wirklich eine Sache, da wäre es durchaus was wert, das zu sammeln, das zu suchen. Denn, wenn man sich vorstellt, no cooldowns, unlimited resources, also unbegrenzte Energien sozusagen, dann kann sich so ein Kommando hinstellen, einmal ein Gravigeschoss auf den Boss setzen und dann Abrissgeschoss, 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 Abrissgeschoss. Aber, wenn man gut gegiert ist, kommen da 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Ne? Funktioniert gut. Das geht bei anderen Klassen natürlich ähnlich. Außerdem der Movement Speed Buff, denke ich mal, ist gar keine schlechte Idee. Oder auch bei großen Ad-Gruppen, wenn man dann sagen kann, jo, tot von oben, tot von oben, tot von oben. Oder ein Orbitalschlag drauf und noch einen hinterher und noch einen hinterher. So kann man die Gruppen dann natürlich entsprechend legen. Zum Release mit Knights of the Eternal Throne bekommen wir als Spieler folgendes. Erstens Level 70. Zweitens mit Level 70 das Galactic Command, wo wir dann halt sozusagen alle Aktivitäten, die es aktuell gibt, gesammelt an einem Punkt haben. Drittens, wir haben die neuen Kapitel. Diese gibt es im Story- und im Veteranenmodus. Und wichtig zu wissen ist, die eigenen Entscheidungen werden beim ersten Mal Spielen gespeichert. Denn wir können die Kapitel ja jetzt wiederholen. Das heißt, wenn wir die wiederholen, zählen die Entscheidungen dann nicht mehr. Ja, wir überschreiben nicht unsere eigene Entscheidung, sondern sozusagen wir sollten beim ersten Mal durchspielen bereits sagen, welchen Weg wir gehen. Viertens, wir bekommen Aufstände im Story- und Veteranenmodus. Also in den beiden einfachen Modi. Zusätzlich, wie anfangs schon angesprochen, diese 16 Spieler-Weltenbosse des Dark vs. Light Events. Und der Endgame-Content wird komplett auf Flippe 70 skaliert. Dazu zählen die Flashpoints, natürlich Operation. Was bekommen wir nach Knights of the Eternal Throne und steht jetzt schon fest? Dazu zählen die Master-Kapitel, der Solo-Content, neue Schwierigkeit. Dazu zählen Master-Aufstände, also die heftigsten Herausforderungen. Und die werden angepasst an das beste Gear der Expansion, also an die Tier-3-Kisten. Und es ist weiterer Gruppen-Content geplant. Mehr dazu allerdings gibt es erst im Januar. Gut, jetzt ist noch ein großes Thema, was auch in den letzten Streams bzw. in den letzten Videos von mir schon angesprochen wurde. Und zwar die Sache mit den Kristallen und Auszeichnungen. Bio hat bekannt gegeben, dass die Kristalle und Kriegsgebietauszeichnungen jetzt mit 5.0 direkt in Credits umgewandelt werden. Da gibt es gewisse Umwandlungsraten. Das sieht folgendermaßen aus. Eine Kriegsgebietauszeichnung gibt 50 Credits. Das heißt, sollten wir auf einem Charakter 200.000 das Maximum haben, bekommen wir 10 Millionen Credits. Ein gewöhnlicher Datenkristall gibt 500 Credits. 1.000 Stück ist das Maximum. Haben wir 1.000 voll, bekommen wir also 500.000 Credits. Ein leuchtender, also ein blauer Datenkristall, gibt 1.000 Credits. Bei dem Maximum von 500 sind das also wieder 500.000 Credits. Und ein strahlender, ein lilaner Datenkristall gibt 1.500 Credits, was bei einem Maximum von 500 Datenkristallen 750.000 Credits entspricht. Wichtig ist zu wissen, bevor jetzt sich irgendjemand hinstellt und 200.000 Kriegsgebietauszeichnungen farmt, um die 10 Millionen zu sammeln, es gibt pro Charakter maximal 2 Millionen Credits. Das entspricht 20.000 Kriegsgebietauszeichnungen, 1.000 gefündlichen Kristallen, 5.000 leuchtenden Datenkristallen, 500 leuchtenden Datenkristallen. Also im Endeffekt, jeder sollte sich auf jedem seiner Charaktere einmal einloggen, einmal hinstellen und einfach mal durchrechnen, wie viele mit den angegebenen Umwandlungsraten, wie viele Credits würde ich denn bekommen. Und wenn man feststellt, hey, ich bekomme über 2 Millionen, dann sollte man ein paar davon ausgeben. Denn alles, was die 2 Millionen überschreitet, wird einfach nichtig gemacht, wird einfach ignoriert, verfällt komplett. Das heißt, wer jetzt irgendwie, weiß ich, mit 100.000 Kriegsgebietauszeichnungen durch die Gegend rennt und alle anderen Kristalle auch voll hat, der wird trotzdem nur 2 Millionen Credits erhalten, nicht mehr. Das ist einfach so. Also, das ist einfach von Bioware auch eine Begrenzung sozusagen, dass man nicht in der Lage ist, jetzt unendlich viel Geld zu machen, indem man einfach vorher recht fleißig war und irgendwelche Kristalle geformt hat. Empfehlung wirklich daher, einfach vor dem Update auf jedem Charme mal durchrechnen, wie viel erhalte ich und sollte man das Maximum von 2 Millionen Credits überschreiten, Sachen ausgeben, in Deko, Gefährtengeschenke, ähnliches investieren. Dann beachtet auch, egal wann, wenn ihr jetzt zum Beispiel Sachen kauft, um die dann später zu verkaufen, um denn nach der ersten Umwandlung doch noch Credits zu erhalten, nein, ihr werdet nur 2 Millionen bekommen, egal wann ihr nochmal Kristalle irgendwo her sammelt. Wenn ihr 2 Millionen einmal überschritten habt, bekommt ihr nichts mehr dafür. Und wir sind beim letzten Thema angekommen, Crafting in Knights of Detail of Throne. Das Crafting-Gear ist stets 2 Stufen schlechter als das aus den Kisten. Dazu haben sie ein Beispiel aus Knights of the Fallen Empire, also aus dem aktuellen Patch gebracht. Wir bekommen sozusagen aus den Kisten, würden wir jetzt bekommen, 3 verschiedene Gear-Stufen. Stufe 1, 2.16, Stufe 2, 2.20, Stufe 3, 2.24. Wie gesagt, aktuelles Beispiel. Nachher, die Gear-Stufen sind natürlich höher. Das gecraftete Gear hat dann auch 3 Stufen, aber entspricht dann 2.16, 2.18, 2.22 und jeweils ohne Set-Bonus, während das aus den Kisten immer mit Set-Bonus ist. Das heißt, wir sind bis auf die erste Stufe immer 2 Stufen, also 2 Zähler sozusagen schlechter. Und damit ist natürlich auch die Stats ein bisschen schlechter. Allerdings sage ich mal, wenn man voll 2.22 ist, gecraftet, ohne Set-Bonus, hat man trotzdem noch gute Möglichkeiten, hier und da mal ein bisschen Schaden zu fahren zum Beispiel. Die Baupläne für das Gear erhalten wir aus Kommandokisten. Dabei gilt, wenn wir eine Rang 1 Kommandokiste öffnen, bekommen wir logischerweise auch eine Stufe 1 Bauplan. Und die Materialien, um diese Sachen zu bauen, erhalten wir aus der Eroberung. Für Mods, also sollten wir zum Beispiel beim Gier-Bauen jetzt eine doofe Verbesserung drin haben, die nicht so schön ist, weil so viel Schnelligkeit zum Beispiel brauchen wir gar nicht. Dann kann man Mods einzeln bauen. Und diese Baupläne erhalten wir entweder, indem wir diese Mods zerlegen, aus dem PvP oder auch von OP-Bossen. Und die Materialien dafür zum Bauen, bekommen wir auch aus Operationen und PvP. Das heißt im Endeffekt, für alle Leute, die sich ihr Gear lieber craften, anstatt dieses Command-System zu leveln, die sollten dann Operationen und PvP machen, beziehungsweise Eroberung, um eben nach und nach sich die Mods zusammen basteln zu können. Gut, damit sind wir durch. Durch das, durch die beiden Streams und durch alle Infos, die es momentan so gibt. Jetzt wird es, heute ist der zweite Elfte, morgen ist der dritte Elfte, logischerweise. Dort wird es einen Stream zu sämtlichen Klassenänderungen geben. Und natürlich werde ich gucken, dass ich da schnellstmöglich ein Video zugebastelt kriege, damit das auch allen bekannt ist, was denn da auf uns zukommt. Es wird noch ein paar andere Dev-Blogs geben, beziehungsweise auch noch Streams, wo es dann so ein bisschen um weitere Sachen geht, die es noch geben wird. Jetzt allerdings sind wir erstmal durch mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei Fragen, Anmerkungen, Ähnliches unten in die Kommentare, so wie immer. Dann wünsche ich euch viel Spaß noch in dem Game. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Theodor Lor, ich bin raus. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020